Die Moderatorin Sofia Tomala, 28, begleitet aktuell ihren Gavin Rostale, 52, auf der Tour mit seiner Band, Bush, in Amerika. Auf Instagram postet sie nun ein Foto ihres Liebsten in ihre Story und verrät, hinter der Powerfrau verbirgt sich auch ein weicher Kern. Seit dem 22. Juli ist der Frontsinger von, Bush, schon auf großer Amerika-Tour. Da die beiden Verliebten schon eine Fernbeziehung führen und sie offensichtlich trotzdem miteinander so viel Zeit wie möglich verbringen möchten, begleitet Tomala ihren Gavin. In ihrer Instagram-Story postet die 28-Jährige nun ein Foto ihres Liebsten. Ich bin so glücklich, schreibt sie im Bild. Der Post von Tomala ist eine Seltenheit, denn das Paar hält die Beziehung normalerweise sehr aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Gavin postet ein Bild auf seinem Instagram-Profil und schreibt. Finde deine Liebe im Spiegel, während er und Sofia in Richtung eines Spiegels schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.